Wir haben viele Reklamationen bekommen mit unseren Filmen. Jetzt können wir einen schlechten Leuch präsentieren. Das stimmt gar nicht. Die hat die Knie gar nicht so laut. Hä? Wir haben fünf Bauernhefte. Hä? Eine richtige Idylle. Der Hund ist nicht suboptimal. Was haben Sie gesagt? Der Hund steht. Was? Was ist mit dem Titel? Nein, der Hund. Was ist der Knie? Oder was? Auf einem anderen Ort. Hier oben im Obstgarten. Hä? Das ist gut, Bruno. Da haben wir Ruhe. Im Obstgarten. Nein. Der Zufall weiss. Eine Dreichlergruppe. Geht weg! Wir machen hier niemals viel. Über die Hütung können wir es räumen. Das ist sehr gut. Geht weg! Was haben Sie gesagt? Das ist halt auch die Hütung. Es hat ganz viel versichtliche Kulturen. Ich würde sagen, wir gehen ins Naturschutzgebiet. Wir haben hier eines von nationaler Bedeutung. Zwischen Industrie, Autobahn und Kehrigverbrennungsanlage. Und Atomkraftwerk. Nein, Bruno. Also das nicht. Der einzige Lärm, den man hier hört, ist ein Gezwitscher von einer ganz seltenen Vogel. Pups. Ich höre einen. Das ist ein Specht. Der klingt jetzt aber rhythmisch. Die unten ist Specht. Das sind auch spezielle Vögel. Ich glaube, in diesem Gebiet gibt es nur Taubelvögel. Können Sie das nicht irgendwo anders machen? Ja. Wir machen hier gleich ein Hinweis, weil wir es ruhig geben. Ja, es hat keinen Sinn. Das ist halt auch die Hütung. Sie sagt es, eine ganze Kultur. Was hat sie gesagt? Das ist der Ösa. Die Hütung ist auf der Strasse-Rap-Hauptstadt der Schweiz. Die Hütung ist einfach ein wenig laut. Kommt, wir finden schon ein ruhiger Platz. Kommt. Da, beim Ort der Stille. Sankt Agatha. Nein. Ausgerechnet jetzt. Eine Hochzeit, Bruno. Ganz am Pfarrer sagen, er soll die Glocken abstellen. Hä? Die Glocken sollen abstellen. Ja, das hat keinen Sinn. Ich kann es auch nicht. Soll er die Glocken abstellen. Wir drehen im Film über das ruhige Hütung. Ein Image. Ja, das hat keinen Sinn. Man versteht nichts. Wir gehen auf Neudietungen. Hä? Da ist eine ganz neue Siedlung gebaut worden. Im Grünen draussen. In der Ruhezone. Da ist Lebensqualität. Da ist Ruhe. Da hat man eine Idylle. Grossartig. Hey, da. Jetzt hört mal auf da unten. Seid mal ruhig. Was haben Sie gesagt? Ich glaube, ich habe einen Ginnitus. Ich höre auch los pfeifen. Hure Müsse. Komm ich nochmal. Entschuldigung. 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 Das könnt ihr haben. Das ist die Idylle. Es hält dich um. Das ist die Idylle. Ich bin jetzt. Das ist die Idylle. Das ist die Idylle.